Wie ist es angekommen? Ich weiß halt nicht, ob es alleine stimmt. Es stimmt sicher, dass wir bei uns suchen müssen, um überhaupt eine Toleranz zu bekommen. Von wie kann es organisiert werden? Ich meine, das ist ja eine These, die es schon länger gibt. Und ich hoffe ja, dass jetzt über die Jahre und die Arbeit des Interkulturellen Zentrums wir da überhaupt auch Boden kriegen, dass da überhaupt was stattfindet erst mal. Weil erst mal war es eine These, die in den Raum gestellt wird, ich glaube, der man auch nicht wirklich widersprechen kann, Vielfalt für alle. Aber wo es wirklich hingeht, finde ich, ist nicht ganz deutlich geworden. Also ich würde sagen, das ist eine These, die jeder unterschreiben kann. Wir wissen, die Realität ist eine ganz andere. Also ich merke es als Theatermann, wenn ich in bestimmten Ländern, in Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn Theater mache, dass wir zwar wir Deutschen immer denken, wir sind doch super auf Augenhöhe, nur die anderen Länder das ganz, ganz anders wahrnehmen, auch als Kooperationspartner, weil natürlich das wirtschaftliche System anders ist, weil es kulturelle Unterschiede gibt. Also theoretisch ist das der Satz der Stunde. Praktisch, glaube ich, wird es noch sehr lange dauern, bis er wirklich in die Realität umgesetzt wird. Was ich spannend fand, ich hatte eine griechische Theatergruppe Synthesis an meinem Tisch, die halt sagten, sie würden auch gerne mit einer deutschen Theatergruppe, da ging es gar nicht nur um Stadttheater, zusammenarbeiten und sich überlegten, wie können überhaupt Kontakte entstehen. Und was auffiel, was mir auffiel, ich wurde eben noch auf ein italienisches Theatergastspiel ein mögliches angesprochen, dass die alle so isoliert nebeneinander stehen. Und wir haben dann darüber geredet, wie man das vernetzen kann über ein Internet, wer recherchiert überhaupt, welche Gruppen es gibt. Also Hauptthema war da eher die Isolation der Einzelgruppe, die scheinbar wirklich ganz spannende Sachen machen. Aber wie kriegt man das jetzt im Gesamtkontext rein? Also auch, wie schafft man die Vernetzung? Ich finde immer schwieriger ist, das eine ist, ich glaube, über die Begriffe sind wir uns doch alle einig, dass Vernetzung wichtig ist. Aber wie kann man jetzt das Ganze wirklich konkret machen? Also wenn man einen Kaffee macht, wie schafft man es, dass die wirklich kommen? Also eine der Teilnehmerinnen dieser griechischen Theatergruppen, das sind halt Migranten, die seit langem hier in Deutschland leben, sagte so schön, wir wollen nicht mehr integriert werden, wir sind hier zu Hause. Im Gespräch merkte man aber, wie viel es doch braucht, das so eins zu eins umzusetzen miteinander. Was kamen Ansprüche ans Theater? Es kamen Ansprüche ans Theater, nur das Hauptproblem ist ja erst mal, die Gruppen zu recherchieren. Ich denke, da wäre dann eher auch das Kulturamt in dem Falle erst mal oder auch andere Institutionen notwendig. Was dann kam, ist natürlich konkrete Hilfestellungen. Also wenn ich einen Beamer habe oder Untertitel habe, um mehrsprachig zu sein, kann man da vom Theaterseite helfen. Es ging um Räume und da, glaube ich, muss man einfach auch als Theater erst mal ein Vertrauen zu den Gruppen aufbauen. Da habe ich so ein Format sehr gut, wie wir es heute hatten, dass man überhaupt miteinander ins Gespräch kommt und dass die mal auf Augenhöhe mit uns reden können und wir mit ihnen. Das finde ich auch wichtig. Das ist mir jetzt zu ökonomisch gefragt, weil ich rede ja nicht, um jetzt danach 50 Griechen mehr im Theater zu haben, sondern ich denke, sie schaffen erst mal Vertrauen. Und ich glaube, wir müssen nicht immer, wir wollen ja in Deutschland immer gleich das ganz große Ziel. Und vielleicht ist es erst mal wichtig, dass ein Gespräch stattfindet. Also das geht mir genauso, dass man erfährt, was Bedürfnisse sind, was überhaupt Sache ist, wie die arbeiten, dass es so eine Gruppe überhaupt gibt. Und für die ist es wieder vielleicht spannend zu merken, wie ein Theatermann denkt über so etwas, also wenn man Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede hat, dass überhaupt ein Diskurs stattfindet. Also ich bin der Meinung, so eine Veranstaltung, die ja häufiger sein müsste, ist total sinnvoll, weil man auch regional erst mal überhaupt Schwellenängste abbaut, weil man überhaupt ins Gespräch kommt mit den Menschen. Also wir haben ja viele internationale Kooperationen, aber die neuen Horizonte entstehen halt dadurch, dass man überhaupt erfährt, was vor Ort ist. Und wie gesagt, aus dem Gespräch dann vielleicht entsteht, entweder zusammen ein Projekt zu machen oder einen Raum zu geben, der dann im Theater stattfindet mit unserer Infrastruktur, dadurch neue Möglichkeiten zu schaffen. Aber ich finde es halt so angenehm, weil man konkret etwas kennenlernt, was man dann auch bearbeiten kann. Also wenn man jetzt abstrakt sagt, ich möchte jetzt ausländische Gruppen im Theater haben, kommen wir auch nicht weiter. Es ist ja auch wichtig, ich komme aus Berlin und in Berlin gibt es ja eine ganz große türkische Bürgerschaft und da gibt es ja inzwischen auch richtige Räume, wo die ihre Identifikation im Theater haben. Jetzt muss man aber in Heidelberg, wo es nicht so offensichtlich ist wie in Berlin, erstmal rauskriegen, was sind denn hier die Communities, was sind die Nationalitäten, die an sowas interessiert sind. Also ich finde es im Augenblick schwierig, um das Ganze erstmal zu erarbeiten. Ich denke, man müsste über bestimmte Formate nochmal nachdenken, wie man es noch lebendiger gestalten kann. Und das andere ist meiner Meinung nach, also ich denke, dass ein Thema vor Ort gibt es, dem wir uns alle stellen müssen und das ist die Flüchtlingsproblematik hier und wie man damit umgeht. Und auch da geht es ja sehr interessant. Auf der einen Seite gibt es ganz viele Menschen, die helfen wollen. Auf der anderen Seite können die das kaum noch bearbeiten. Aber wie sieht jetzt die konkrete Hilfe aus? Also wie kann man die wirklich integrieren? Das wäre ein Thema, was mich sehr interessieren würde. Das wäre ein Thema, was mich sehr interessiert.